Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu der nächsten SBC Video hier, alles klar, zum nächsten SBC Video hier Leute, heute die UEFA Wettbewerb Challenge Easter, wir kriegen einen Live-Spieler Aubameyang als Europa League Karte, ist glaube ich die erste, die da mit ins Spiel kommt, wenn ich mich nicht ganz so fühle, und wir kriegen ein 2 Champions League Spieler Pack, mega geil, habe ich Bock drauf, ich habe da schon ein paar nice auf Twitter und Co gesehen, ich habe Bock Leute, wie gesagt, wir haben die Challenge natürlich schon fertig gemacht, wir brauchen ein Team aus genau 2 Ligen, maximal 6 aus derselben Liga, mindestens 2 Nationalitäten, mindestens 3 seltene Spieler, ansonsten eine 79er Rating am Start und eine 85er Chemie, ich habe eine 98er Chemie, 11 Spieler auf Loyalität, das heißt ihr könnt das easy 1 zu 1 nachbauen ohne Loyalität, und ja Leute, ich habe hier einen Mix aus der Bundesliga und der türkischen Liga gemacht, weil, warum nicht, Schwole um Tor, ansonsten Sven Wender natürlich, Hübner, Vogt, Erkin, Figuli, Dahoud, den ich im letzten Video zweimal hintereinander gezogen habe, glaube ich, ansonsten Ezia Coop, Soldado und Ayu, easy going, ist denke ich mal jetzt auch nicht so schwer, sollte hier ein kurzes Video werden, ich habe mehr Bock auf die Packs, oder auf das Pack, als auf alles andere, nehmen wir gerne mit, und Leute, wie gesagt, ich habe Bock, ich habe richtig, richtig Bock auf das Pack, habe ich Bock, habe ich Bock, habe ich das schon gesagt, wir nehmen Aubameyang natürlich mit, sollte klar sein, und, alles klar, und, dann öffnen wir das UCL, UEFA Champions League, zwei Spieler Pack, Leute, erstmal noch einen Schluck trinken, und auf den Walkout hoffen, habe ich gehört, come on EA, gönn mir den ersten Walkout hier bitte, es wird kein Walkout, okay, und, dann gönn mir wenigstens einen, den ich im Team haben möchte, Herrera, 83er und 82er Herrera, okay, Leute, der erste Spieler schon mal beschissen, seien wir ehrlich, der ist beschissen, den werde ich nicht benutzen, zu 99,9999%, außer vielleicht irgendwann mal für den SBC-Fall zu machen, in einem rauen Reinhauen kann, ähm, von daher hoffen wir, dass dahinter ein, der kann dahinter sein, Akanji Guerrero, äh, oder irgendein anderer Bundesliga-Spieler, ein, Batuai theoretisch, ja, und irgendein anderer Premier League-Spieler, meine Spiele, meine Binnen, come on, Show me what you got for me, Geiss, alles klar, alles klar, der 76er Geiss und ein 82er Herrera, der Hype war real, und, ja, man sieht, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, gehypt zu sein, okay, Leute, war beschissen, sind wir ehrlich, wir haben uns viel, viel mehr erhofft, ich hoffe, Leute, es hat euch trotzdem ein Gefallen, dann lasst euch ein Like und ein Kommentar, da, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, bis dann, haut rein und ciao!